lockt doch haben wir hier lockt doch natürlich habe ich jetzt haben wir agro von ewig weit weg so mal mit ihm kommunizieren kurz agro loswerden der lockt der idiot bockt sich jetzt noch garantiert aus ja heißt ja auch schon lockt scheiße das war zu früh geschossen von mir ich habe gerade zu früh geschossen aber er saß er hat gerade gehockt und lief in gerader linie weg weißt du und im letzten moment hat dann schlenker nach links gemacht und da habe ich ihn verfehlt dann alter ich habe doch noch eine he was willst du machen du kannst dich da hinschleichen alter bist du verrückt ich habe die mk rausgeholt ich gehe da jetzt hin alter du hast oh man ey ok ich behalte den Blick ja also noch scheint er da zu sein weil es kein zombie die spawn gab und von mir können die nicht sein ja von mir können sie aber inzwischen sein alter sind da viele zombies lauf aber bitte nicht in gerader linie auf die tür zu weil da sind ja ja da sind eh so viele zombies dass ich jetzt kriechen werde ich finde das extrem riskant lass uns noch lieber aussitzen und warten bis der rauskommt der muss ja irgendwann rauskommt der hat sich ausgelockt an jedoch nicht doch nicht das doch noch auf dem server ich hätte aber gut bock mit granate da rein zu werfen ich schieße mal einmal dass er sich nicht ausloggen kann ich glaube da kann man sich nicht ausloggen oder weiß ich eigentlich nicht wenn es in der nähe ist aber wenn ein sniper weiß ich nicht siehst du mich da überhaupt crouchen nein wo bist du da tut sich was in den Baracken anfang hat doch gerade irgendwas gesehen verdammt ja ja der ist beim Baracken anfang ich werfe jetzt eine granate hin also ich versuche von hier eine granate rein zu werfen wohl eher oh die kam gut ne doch nicht na damm ich bin mir nicht sicher ob sag mal so kann es sein dass er direkt am fenster sitzt ne der crouch auf dem boden rum ah ok ich sehe ihn gerade nicht mehr aber ich hätte fast gerade seinen kopf abknallen können boah sind da viele zombies ne naja man mal gucken ob ich noch einen smoke hab ne ne Alter, wie viele Zombies hier sind Du hast die Tür im Blick? Ja, absolut Siehst du mich nicht? Ich gucke jetzt gar nicht, ich wechsle mal Positionen, weil es kann auch sein, dass der Kug nicht alleine ist, ne? Ja, ich denke, dann wären wir schon angegriffen worden Wow, das ist auch wieder mal Schiffen Ja doch, crouched du gerade über die Erde? Ja Ja, boah, mitten in den Zombies, ne? Oh ja Ist er noch auf dem Server? Ist noch da Ich bin, glaube ich, auch gerade kurz gesehen an der Tür Ja, 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 er ist im ersten Zimmer drin Soll ich ihn gerade durchs Fenster holen? Zumindest ist da die Tür gerade gegangen Versuch's, versuch dich rumzuschleichen und die Fenster zu packen von hinten, ne? Ja Aber er wird deine Schritte werden, denke ich mal, ne? Jetzt nicht mehr Pass auf, ne? Extrem viele Zombies bei dir Für mich sieht das aus, als würdest du gleich mit in einen reinrollen Alter, du bist ja, du gehst ja jetzt gerade nicht in den Barak herein? Ne, ich guck nur kurz rein Ich spiel quasi Ja, der ist, glaube ich, echt im ersten Zimmer, hat er sich da verstanden Da ist die Tür zu Boah, sei bitte vorsichtig, ey Vorsicht ist mein zweiter Vorname Soll ich nochmal einmal schießen, zur Ablenkung sozusagen? Naja, lass mal Alter, der ist recht raffiniert Das erste Zimmer Hat kein gescheites Fenster Das ist das Bad Das hat nur oben so ein kleines Fenster Da kann ich nicht reinschauen Hm Ich guck trotzdem mal die anderen ab Nur um sicher zu gehen, dass er da nicht Doch irgendwo in einem anderen rumhuckt Nö, der ist Muss in dem ersten Teil drin sein Kann man nicht mit ihm kommunizieren? Nö Machen wir einfach raus Jetzt ist die Tür offen gegangen Tür ist offen gegangen im ersten Zimmer Ja Oh fuck, hat er mich gesehen? Der geht da gerade die Baracke lang Drinnen oder wie? Ja Ich hab leider nur den vorderen Teil Den Fuck, ich hab Zombie-Ago, Alter Scheiße, ich muss mich gerade verbinden Ja, ich seh ihn Der guckt auf die Tür Du bist vor der Tür, ne? Ja Der guckt auf die Tür mit einer CCO Soll ich ihn mir holen? Ja, du schaffst, klar Nicht, dass du jetzt einen Agro, weg, 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 weg Ab ihn down, hab ihn down Soll ich kommen? Oder dich noch weiter abdecken? Weck mal weiter ab Es kommen jetzt Also geh jetzt bitte nicht in den Du bist jetzt reingegangen, ne? Nein, bin ich nicht Äh, despawn, Zombie-Despawn Ja, hab's gesehen Nice Sehr nice Eigentlich auch ein bisschen schade Danke, danke Dann tut es mir fast ein bisschen leid, dass wir den gekillt haben Warum das denn? Keine Ahnung, der tat Das war eigentlich so ein Ich glaub, das war ein Bambi Quatsch, der hatte Sandbags, der war kein Bambi Ja, okay, wenn er Sandbags hatte, war er kein Bambi Ja, Mann Noch irgendwas anderes Geiles? Ähm Mehr üblichen Kram Ich brauch noch Streichheldzone zum Scheiß, ne? Okay, pack ich dir ein Streichheldzone, Jagdmesser brauch ich noch Ja, ich halt sei Jagdmesser, hab ich dir eingepackt Sonst, ähm Ne M9 hatte er Ja, gut, ich hab ne PDW, die behalte ich Ne, der hatte M9 Magazine und ne M1911 Toolbox? Ah, ich hab ja noch keine Toolbox Sehr gut Hat sich schon gelohnt, den umzurohren Ja, die Waffen können wir mir lassen und sagen, dass seine Weiche da noch liegt, oder? Oder hat er das jetzt sowieso ausgedeckt? Ja, zwei DMR Magazine, nehm ich dir mal mit Ja, ja Ah, oh, Bloodbag Bloodbag ist davon nicht liegen lassen Ne Müsst du ihm schreiben, dass du auch den Kill confirmed bekommst, sozusagen? Dass ich mir gleich mal hier den Namen mach, oder was? Ja Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020